Hallo, herzlich willkommen zum e-Auto Vlog. Dein täglicher Überblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute habe ich was richtig Kurioses für dich. Du siehst, ich sitze hier gerade in meinem Tesla und warte darauf, dass er voll wird. Normalerweise dauert das hier, wenn ich von Kiel nach Berlin fahre, nur 20 Minuten. Das heißt, ich kann gerade mal zur Toilette gehen und zurück. Aber heute werde ich noch weiterfahren und deswegen lade ich richtig voll. Aus diesem Grund habe ich Zeit, dir etwas ganz Kurioses zu zeigen. Lass uns hier mal die Seite besuchen von den Stadtwerken Pforzheim. Das ist eine typische Seite, erstmal auf den ersten Blick. Schön von der Marketingabteilung gestaltet. Man sieht einen tollen Schmetterling im grünen Fliegen. Und mich hat natürlich das Thema Elektromobilität interessiert. Also habe ich hier die Menüstruktur verfolgt, bin über die Verantwortung zur Nachhaltigkeit und zur Elektromobilität gekommen. Auch hier sind erstmal die typischen Fotos zu sehen. Man sieht einen E-Golf, der schön geladen wird an einer futuristischen Ladestation. Das Haus ist modern. Perfekt. Dachte ich, haben wir mal wieder eine Seite, die die Elektromobilität richtig gut präsentiert. Aber weit gefehlt. Du wirst gleich sehen, warum. Denn hier haben wir das wirkliche Problem der Elektromobilität verwurzelt. Denn dieser Artikel, na gut, ich nehme es vorweg, ist voller Fehlinformationen und Falschaussagen. Aber lass uns ihn mal weiterlesen. Wir haben hier ein Angebot für die mobile Zukunft. Es gibt Tarife, die Ladesäulen werden hier stolz gezeigt. Dass keine Schnellladestation dabei ist, ist natürlich schade. Aber ich kenne Pforzheim jetzt nicht im Detail, sodass ich jetzt nicht sagen würde, das ist ein Problem. Es kann ja durchaus sein, dass keine Schnellladestationen gebraucht werden. Und insofern ist das völlig in Ordnung, wenn man hier bis zu 22 kW laden kann. Auch wenn das nur eine einzige Ladestation ist. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Ladestationen. Wichtig beim E-Auto ist ja immer, dass man während es rumsteht, die verfahrene Reichweite wieder nachladen kann. Das heißt, im urbanen Bereich. Guck mal einfach, wie lange bleibt zum Beispiel der Kunde eines Supermarkts im Supermarkt. Wie groß ist der Einzugsbereich? Sprich, woher kommen die Leute? Wie viel Reichweite haben sie verfahren, um hin und zurück zu kommen? Und die sollte er innerhalb des normalen Betriebs dann wieder ausgleichen können. Das nur mal so als Hintergrund. Also hier haben wir die Ladestationen und das ist soweit in Ordnung. Dann wird auch die Elektromobilität hier unterstützt. Da steht bequem, zuverlässig, umweltgericht, Elektrofahrzeuge bieten Fahrspaß. Dann wird der Bogen gespannt. Alle fossilen Energieträger sind begrenzt. Nun, dass man sich vielleicht auch andere Sachen überlegen sollte, damit dann auch die Kindeskinder noch sorgenfrei leben können. Und jetzt macht Pforzheim den entscheidenden Schritt. Und zwar, sie sorgen für eine funktionierende Ladeinfrastruktur. Denn aufgrund von vergleichsweise kurzen Reichweiten und langen Aufladezeiten ist die schnelle Bewältigung von Langstrecken noch nicht möglich. Okay, ich bin gerade auf einer Tour. Ich fahre 750 Kilometer hin und zurück an einem Tag, habe noch einen Geschäftstermin und brauche ungefähr alles in allem halbe, maximal dreiviertel Stunde länger als mit einem Verbrenner. Die Stadtwerke haben Pforzheim deshalb zu einem Musterbeispiel für flächendeckende Versorgung gemacht. Eine Stromtankstelle ist immer in ihrer Nähe. Wir hatten es eben eingangs gesagt, man muss gucken, wie das Fahrprofil ist, um dann die passende Ladeinfrastruktur hinzubekommen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Deswegen möchte ich mir darüber kein Urteil bilden. Vielleicht fahren die Pforzheimer so kurze Strecken, dass eine Typ 2 22 kW Ladestation reicht und die anderen 11 kW Ladestation ausreichen. Dann wird wieder das typische Argument gegen Strom genutzt. Denn hier wird gesagt, zu 100% nachhaltig. Ein Elektroauto ist noch lange nicht umweltfreundlich, nur weil es mit Strom betrieben wird. Denn es stellt sich die Frage, ob dieser Strom überhaupt sauber hergestellt werden würde. Deswegen versorgen die Stadtwerke Pforzheim alle E-Tankstellen mit Strom aus 100% regenerativer Wasserkraft, welcher völlig CO2-frei erzeugt wird. Das ist gut. Je mehr regenerative Energie in den Strommix fließt, desto besser. Aber es ist auch falsch. Hier haben wir das Problem, dass ein Vorurteil bedient wird. Nämlich, dass der Strom aus dem normalen Strommix dreckig ist und ein Elektroauto einen Nachteil dadurch hat, dass es Strom tankt, wenn er nicht regenerativ ist. Jetzt gucken wir uns mal das Umweltbundesamt an. Hier habe ich mal die Seite aufgerufen. Denn dort wird geklärt, wie viel CO2 in Deutschland für den Verbrauch einer Kilowattstunde Strom ausgestoßen wird. Hier haben wir nicht ganz so aktuelle Zahlen, denn die werden immer nur einmal pro Jahr erfasst. Und sie gelten hier auch nur bis zum Jahr 2016. Wenn wir uns den Strommix für 2016 anschauen, dann haben wir 527 Gramm pro Kilowattstunde erzeugten Strom. Nun, wenn du das hochrechnest, das normale Elektroauto hat so, sagen wir mal, 15 Kilowattstunden Stromverbrauch pro 100 Kilometer. Nehmen wir mal die 15 Kilowattstunden mal 527 CO2, dann kommen wir auf 79,05 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Und wenn wir uns jetzt vergleichbare andere Autos anschauen mit Verbrennungsmotoren, dann sehen wir schon, dass es ganz wenige Autos gibt, die einen geringeren CO2-Ausstoß haben als Elektroautos. Also das ist schon mal falsch. Und nähert wieder das Vorurteil, ja, nur weil du mit Strom fährst, ist das noch lange nicht sauber. Dann kommt der Hammer. Und zwar kommen wir jetzt zu der Überschrift der momentane Stand der Technik. In Deutschland kommen auf 43 Millionen Pkw nur 7000 mit Elektromotor. Schauen wir uns einfach mal die Zahlen von Go Electric an. Hier sind nur die Zulassungszahlen von Elektroautos im Jahre 2017. Und hier sieht man deutlich, eine Gesamtbilanz 2017, 25.056 reine Elektroautos wurden alleine 2017 zugelassen. Die Stadtwerke Pforzheim sprechen von 7000 mit Elektromotor gesamt. Also das ist völlig überholt. Der Großteil davon befindet sich in Unternehmen. War vielleicht vor Jahrzehnten so. Dabei hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren große Fortschritte geleistet. Da gebe ich Ihnen recht. Topmodelle erreichen bereits Distanzen von bis zu 200 Kilometern und Geschwindigkeiten um die 130 kmh. Allein der BMW i3, den Sie vorhin oben genannt hatten, auf der Seite, der schafft schon 150. Dann wird er abgeriegelt. Natürlich ist das auf der Autobahn 200 Kilometer zu erreichen. Im Sommer nur möglich, wenn die Bedingungen stimmen. Aber vielleicht haben die in Pforzheim noch nichts von Tesla gehört. Denn das Tesla Model S schafft es bei Tempo 130 im Durchschnitt auf der Autobahn zwischen 300 und 400 Kilometer zu fahren. In der Spitze kommt man, wenn man sparsam fährt, bis zu 500 Kilometer weit, wenn man den größten Akku nimmt. Also hier sind sie völlig ab vom Schuss. Die vollständige Ladung der Akkus dauert lange 6 bis 8 Stunden. Das ist natürlich richtig, wenn man an einem Schuko-Steckdose lädt oder vielleicht den großen Tesla-Akku mit fast 100 Kilowattstunden nutzbarer Energie an einem 11 kW-Lader. Allerdings füllen schneller innerhalb von weniger als 30 Minuten die Batterie bis zu 80%. Das ist richtig. Das mache ich ja hier gerade. Das gibt mir gerade so die Zeit, hier dieses Video zu drehen. Wenn ich mir sowas durchlese, dann wundere ich mich gar nicht mehr, woher die ganzen Vorurteile zur Elektromobilität kommen. Denn wir haben jetzt hier nicht irgendeinen Patriot, der gerne die Verbrennungsmotoren länger halten möchte oder einen Vertreter der Automobilindustrie. Sondern wir haben Stadtwerke, die Strom anbieten, die eigentlich dahinterher sein sollten, die Elektromobilität zu fördern, die Geld damit verdienen, dass ihre Kunden Strom verbrauchen. Und dann hier so eine schlechte Information auf einer offiziellen Homepage zu sehen, Webseite und dann noch unter dem Thema Verantwortung, Nachhaltigkeit, das finde ich schon wirklich bedenklich. Aber was noch viel schlimmer ist, ich habe diesen Link jetzt nicht einfach so durch Zufall gefunden, sondern aus einer meiner WhatsApp-Gruppen. Derjenige, der diesen Link gepostet hat, hat gesagt, dass er schon mehrfach die Stadtwerke Pforzheim darauf hingewiesen hat und dass sie nach wie vor nicht diese Dinge aktualisieren und dass sie selbst auf ihre offiziellen Broschüre, zum Beispiel zur Einladung von irgendwelchen Elektromobilitätsveranstaltungen, alte überholte Stecker wie den Typ 1 oder sowas publizieren. Und die Leute, ja, ich weiß nicht, warum, ich hoffe, aus Unwissenheit oder Desinteresse einfach viel informieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn ihr dieses Video seht, dieses Video teilt, um einfach die Informationen weiterzugeben, wie es wirklich ist. Denn es gibt schon jetzt Autos, mit denen man problemlos Langstrecke fahren kann. Man kann eigentlich mit allen Elektroautos, die auf dem Markt sind, Langstrecke fahren. Ein Freund von mir ist selbst mit einem Twizy, der hat eine Reichweite von 80 Kilometern nach Spanien aus Nordfriesland gefahren und zurück. Das ist alles machbar. Es ist immer nur eine Frage der Geschwindigkeit. Nun, ich sitze heute zum Beispiel nur hier in dem Tesla, weil das aktuell, aber das ist wirklich nur aktuell jetzt hier im März, also am 14. März 2018, das einzige Elektroauto ist, mit dem man schnell auf der Langstrecke fahren kann. Dieses Jahr werden einige weitere Elektroautos kommen, mit denen das möglich ist. Und dafür ist eine Ladeinfrastruktur erforderlich, die Schnellladung zur Verfügung stellt, sodass man eben, wenn man, so wie ich jetzt hier an einem Tag von Kiel nach Berlin und zurückfahren will, so um die 750 Kilometer fährt, dass man dann das eben halt schnell machen kann. Und ich kann hier problemlos 130 Kilometer im Durchschnitt fahren, also die Autobahnrichtgeschwindigkeit und lade dann eben einmal auf der Hinfahrt, hier in Herzsprung, normalerweise so 20 Minuten. Dann lade ich vor Ort beim Geschäftstermin. Dort kriege ich dann wieder so viele Reichweite in den Akku, dass ich wieder zurückfahren kann nach Wittenburg. Dort lade ich dann so ungefähr eine halbe Stunde und kann dann nach Hause fahren. Während das Auto hier steht und ich lade, gehe ich aber auch zum Beispiel auf die Toilette. Und das bedeutet, dass ich vielleicht eine halbe Stunde insgesamt mehr Zeit brauche für die 750 Kilometer als mit einem Auto mit Verbrennungsmotor. Und wenn du das Topmodell anschaust, denn ich habe nur das Einstiegsmodell von Tesla, also den S75 mit dem kleinsten Akku, den es aktuell zu kaufen gibt. Wenn du das Topmodell anschaust, dann kann das 100 Kilometer mehr. Und das würde bedeuten, ich würde hier ungefähr noch mal eine Viertelstunde extra sparen, die ich jetzt eben mit dem Laden verbringe, weil es eben halt auch noch schneller lädt und weiterkommt. Das heißt, die Elektromobilität ist aktuell für fast jeden umsetzbar. Natürlich gibt es Fahrprofile, bei denen das nicht machbar ist. Wenn du Fragen dazu hast, welche das sind, kannst du sie mir gerne in Kommentaren unter dem Video posten. Dann gucke ich mir das an. Ich will auch nicht sagen, dass die Elektromobilität das Heilmittel für alle Probleme ist, aber sie ist machbar. Und zum Beispiel kannst du auch mit dem BMW i3 zum Nordkap fahren. Wir sind von Kiel zum Nordkap und zurückgefahren. Das waren 7000 Kilometer. Ist kein Problem, wenn du die Zeit hast. Und gerade im Urlaub war das überhaupt kein Problem. Viel langsamer als er zum Beispiel mit dem Tesla Model S waren wir auch nicht oder mit einem Verbrenner. Wir haben einfach mehr gesehen. Das heißt, die Elektromobilität ist in der Praxis umsetzbar, wenn du weißt, wie es geht, wenn du die richtigen Informationen hast. Denn du musst beim E-Auto auf ganz andere Dinge achten als bei einem Verbrenner. Das wissen teilweise die Autohersteller selber nicht und vermarkten ihre Autos mit Funktionen, die für dich als Elektroautofahrer gar nicht interessant sind und haben wiederum andere Funktionen, die sehr wichtig sind, nicht an Bord. Und deswegen werde ich einige Videos noch dazu machen, sodass du als Umsteiger oder als Interessierter in der Elektromobilität die Möglichkeit hast, die Informationen zu bekommen, die du wirklich brauchst, um zu schauen, ob für dich ein Elektroauto sinnvoll ist. Denn wie gesagt, es ist nicht für jeden sinnvoll oder nicht. Aber wenn es für dich sinnvoll ist, dann meine solche Seiten wie die von den Stadtwerken fortzeilen. Und ich würde dir fast empfehlen, auch nicht bei den Stadtwerken vorzahlen, einen Stromvertrag abzuschließen. Denn wer mit solchen Falschinformationen zum Thema Elektromobilität Strom versucht zu verkaufen, der wird dich ganz bestimmt nicht als E-Autofahrer dann in Zukunft unterstützen. Soviel zum Thema Kursiosis aus der Provinz. Wenn es nicht so negative Auswirkungen hätte, kann man fast darüber lachen, denn das ist sowas von Fehlinformationen und alte Informationen, dass es schon fast peinlich ist. Aber es transportiert natürlich ein Bild von der Elektromobilität, das so gar nicht existiert. Wenn du dir einen wirklich umfangreichen Überblick verschaffen willst, schau dir meine täglichen Informationen zur Elektromobilität an. Dort kriegst du einen Überblick über die Nachrichten. Du kriegst weiterführende Informationen zum Thema E-Mobilität und auch immer wieder Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer, damit du weißt, wie es von einem Nutzer wirklich gelebt werden kann und nicht solche Falschaussagen von Marketing-Experten oder Leuten, die gar nicht Elektroautos fahren, lesen und vor allem auch glauben zu müssen. Denn eins ist ja klar, der Wandel zur Elektromobilität ist nicht aufzuhalten. Das sagt auch zum Beispiel der Chef von VW. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass du jetzt immer noch Autos mit Verbrennungsmotor verkauft bekommst, die in wenigen Jahren völlig wertlos sind. Und das ist dein persönlicher Schaden. Also informiere dich auf meinem Kanal ausführlich, damit du weißt, ob für dich ein Elektroauto heutzutage machbar ist oder vielleicht erst in ein, zwei Jahren, wenn die Ladeinfrastruktur noch weiter ausgebaut ist oder du dann zum Beispiel speziellere Anwendungsmodelle abdecken kannst, wie schwere Pferdeanhänger ziehen und so weiter. Ich freue mich, dass du dabei warst. Hinterlasse mir vor allem deine Kommentare, was du von der Seite hier von den Stadtwerken Pforzheim hältst. Gib mir dein Feedback. Ich freue mich drauf. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder um 18 Uhr beim E-Auto-Vlog von Dirk Henningsen. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.